Heute. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr, es ist schon hell, aber trotzdem gehen wir motiviert nach Wiesbaden. So, das vorletzte Heimspiel steht an. Die komplette Rückrunde war ich auf jedem Rückspiel und ich habe keinen einzigen Sieg miterlebt. Ich glaube aber, gegen Wiesbaden wird es werden. Kleeblatt, Kleeblatt. Warum hat Becker zu, ja? Gefrisches Kaffee für den Freddy, Alter. Was denkst du? Was ich denke? Also Endergebnis? Nein, extra 5. 1.0. Locker, flockig. 7. 7. Amendo. Amendo 1.0. Jetzt gibt der Armin das erste Mal seinen Tipp. Ich sag ein knackiger 2-0-Auswärtssieger. Hinten drauf eigentlich. Wilgotha. Wilgotha. Ich habe ja auch das Trikot. Ja. Und Jung einfach nach so einem dreckigen Eckball. Wenn die eigentlich mal einen Eckball reinmachen, dann wäre ich auch glücklich. Es führt da lange Zeit sogar die Mannschaft mit den meisten Toren nach Ecken. Aber irgendwie seit der Krise geht da gar nichts mehr nach Ecken. Hallo Freunde. Der Sonne. Wir sind in Mainz. Wir fahren jetzt aber gleich Wiesbaden Hauptbahnhof S8. Die Leute, die aus Wiesbaden kommen, euer Bahnhof schaut aus wie... Ein bisschen München. Einfach wie München, nur in klein. Und ohne Baustelle. Jetzt haben wir die auch noch erwischt. Wir holen uns aber die Punkte, die können gleich wieder umdrehen. Freddy braucht ein gutes Bier. Aus Wiesbaden. Gib dir mal ein paar Tipps. Ja, ein bisschen Tipps. Ich bin schon 10 Jahre drauf. Boah, was ist das denn für ein Ding? Das dringst du. Aus drei Augen wie in Tschernobyl. Oder drei Punkte, ne? Nach oben. Das dringst du von allem. Da geht Grüße an, Isabel. Ich hole mal so ein Ding. Mal schauen, vielleicht ziehe ich Messi und Ronaldinho. Du bist schon dabei, ne? Ja. Okay. Bitte, wenigstens ein Albaner. Warte ganz kurz, ich schwöre, ich habe einmal aufgemacht. Ja, okay, die zweite Karte. Einfach mein Bruder. Also hier wünschen sich Leute immer irgendwas, ne? Ich glaube, wir wünschen uns da auch was. Ich wünsche mir heute drei Punkte fürs Kleeblatt. Ich wünsche mir drei Punkte. Was machst du? So, Freddy hat erzählt, das soll heiß sein. Kochbrunnen. Kochbrunnen. Schau mal, wie das reicht. Schauen wir mal, ob das wirklich heiß ist. Komm schon mal, ne? Oh, super. Echt jetzt? Ja, ich will halt mal länger flachen. Uiuiui. Manche verarschen bestimmt jetzt uns und sagen, natürlich ist es warm. Ja, richtig. Wissen wir ja nicht. So, ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen, was man sehen muss hier in Wiesbaden. Halbwegs, ne? So, halbwegs, jetzt ab, ins Stadion. So, Freunde. Ein Aufruf. Kommentiert. Liken. Und abonnieren. Schwarz und Rot, das steht für Leidenschaft. Schwarz und Rot, das ist dann wichtig. Stolz! Ja! Jakob, werde alle! Wiesbaden, ein Stückchen besser reingekommen, 1-0 aufgemacht, von uns kommt jetzt nichts, nichts, einfach gar nichts. Schießt! Schießt noch! Schießt noch! Neuer Spielstart! Es haben wir in Wiesbaden! Nein! Vierter Vierter! Du! Danke! Vierter! Egal, der hat den Mies auseinandergenommen. Es ist uns scheißegal! Wir wollen uns spielen sehen! Komm, 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 komm! Komm dort только! Komm, komm wieder! Komm, komm du jetzt! Komm, komm komm! Komm, komm! Komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm! Jedeh, jedeh, jedeh! Sieh! Sieh! Locker, schön locker bleiben, locker. Bisschen mehr als halbe Stunde gespielt. Es geht nur noch 2-1. Ach komm, ja! Wo langt er? Komm! Schnell spielen! Zack, zack, zack! Durch die Mitte, genau! Schön! Ja! Oh mein Gott! Wir machen es doch, Alter! Wir machen es doch! Geil! ... ... ... Ich bin ein Mann! ... Ich bin ein Mann! Oh mein Gott! ...oder ist der Pfarrer! Wir machen das noch! Ach, ich bin nicht voll! ...ich bin nicht voll! Wir haben völlig noch klar! Du bist unser Verein! Ja! 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 Jawoll! Oh mein Gott! Das war's! Beleutung! Wir sind Beleutung! Jawohl, Alter! Jung! Hau weg, Alter, das Ding! So, jetzt fängt die zweite Halbzeit an, wie fandst du die erste? Gideon, erste Halbzeit, bester Mann. Ich gebe dem Stadion eine 6 von 10. Stimmung, von Wiesbaden höre ich nicht so viel. Ich höre gar nichts. Wir machen jetzt noch zwei Tore. Zwei? Ja. Hab ich auch das Gefühl. Auf geht's! Wir holen uns die drei Punkte hier, genau von hier. Noch passt jetzt! Nein! Viel zu einfach! Boah! Nein, nur nicht! Nein, nur nicht! Nein, nur nicht! Gut! Nein, nur nicht! Bauchsaal! Bauchsaal! Die nächste Teile. Bauchsaal! Sehr schöne Freischlossposition, komm, für Gott, komm, du machst es. Oh mein Gott. Schaut euch die Position an, komm, bitte. Oh mein Gott, komm, bitte. Das war so, der hat sogar Geld geküttet. Oh Murbisch, bitte. Ja, jetzt haben die wieder Bock. Siehst du mal wieder Bock? Schön. Das war so, an dem Stadtskans. Ihr habt es für die Leute. Was haben die Leute, die Leute. Wie ist die Leute? Was haben sie für die Leute? Wie ist die Leute? Das war so, was. Ich meine Leute! Bei uns gibt es gar nichts mehr. Umdrehen, umdrehen! Ja! 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 Ich sag doch gerade, es geht gar nichts für uns. Und dann passiert es, Alter. Komm! Der Fluch wird hier brechen. Sechs Minuten nach Spitzau. Sechs Minuten trennen uns vom Fluch. Jawohl! Oh mein Gott, schau wo ich bin. Wurm, ne? Und dann nicht Talion. ambiguous snöööööööööööööööö Jäähäähä! Genau! Ich verstehe dieses Spiel nicht, ja? Was ist das für ein Spiel? Eine Minute noch! Ja! 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 Ja, Mann! ... ... ... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ein Like. Tschüss. Gemeinsam nur nach vorne.